Ich hab kein Intro, Fryzer. Ich muss noch irgendwie eins machen. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Hä? Au. Oh, nee, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Schindler. Oha, Schindler hat sich in Rekruten verwandelt. Ich glaub, ich muss mir ne neue Weste anziehen. Ich wurde grad mit ner AMG umgeballert. Ne, ich nicht so ganz, wie ich da reintrete, die Pedale. Ich will mich jetzt nicht outen, aber ich bin schon lange kein Fahrrad mehr gefahren. Ja, sie müssen da so energisch reintreten, wenn sie nach vorne fahren. Ja, sie müssen da so energisch reintreten, wenn sie nach vorne fahren. Reintreten. E-energisch. E-energisch. Funktioniert? Da geht gar nichts. Hä? Hä? Also, ich komm nie hier an. Warum stellt die Sicht denn nicht hin? Riecht dir Rentner. Kann man das umtauschen? Und da kommt Schindler. Schindler kommt angeheizt. Er durchzieht, ja man. Zuverstanden, Ende. Kostas. Die ganze Zeit bereitet. Kostas. Kostas. 150. Kosti, Mosti. Fällt wie ein Arsch auf, oder was? Es ist mein Weg. Mach einen Mund zu. Maus, das Tattoo ist manchmal schneller. Keine Ahnung, ich kann Fahrrad fahren besser auf dem DMX. Das ist ja was, Clara. Und was hat Clara an? Oh nein, man kann... Clara, du hast keine Hose an... Du hast keinen Rock an im Auto. Ja und, stört die das jetzt, oder was? Sie muss mein Rock ausziehen, wenn die Autos fahren. Oh, da kommt sich gleich mal auch Clara. Ja gut, Amrit, da musst du jetzt klären, was er... Du hast ja was zu sagen. Freigefreulich. Moment, stopp. Anna muss fahren, weil die muss jetzt klären, euch jemanden freischalten auf den Stock. Na ja. Wenn er mir jetzt Ausweis drückt, ne? Wenn er mir jetzt echt Ausweis drückt. Papa kommt dann, ja, ne? Jetzt muss es los. Hey, Auto geklaut. Officer, statt den zu tasern, da wurde gerade das Auto geklaut. Vielleicht sollten die damit herfahren. Das kann nicht sein. Hey, was ist jetzt passiert? Ähm. Okay. Haben sie den gerade abgeknallt? Ich dachte, der hat das Auto geklaut. Nein. Ups. Der wegklaut hat keine... Bin ich bei dir? Ja, du bist bei mir. Du bist ein Auto. Ach, das war nur mein... Ah! Bist du... Das wird nicht, Junge. Mein Gott, mein Gott. Oh nein. Oh nein, da geh ich nicht rein. Du musst da jetzt, da lang. Das ist nur ein Scheiß... Ah! Hä? Ah! Beweg dich! Ah! Lauf weg! Ich glaube, das ist wie so ein Labyrinth. Guck, guck. Ah, deswegen stay close. Ah, ja. Ah! Was war das denn jetzt? Hä? Ich wollte ihn genau angucken. Warte, leuchte ihn mal an. Verarsche ihn mal ein bisschen. Habe ich, habe ich. Ah! 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 Weissverlust. Ich raus. Kim? Ah! 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 Tja Liu! Ja GG wir kommen niemals zur ARMY Die schreiben da, die posten da alle Twitch TV slash Notch Oh mein Gott Digga Also falls du das siehst, ich fand dich doch, also ich fand dich hübsch, aber ich hab mich doch dagegen entschieden, weil du halt nicht zurückgeschrieben hast sofort Also er möchte, Klartext, er möchte ja nicht verpumsen Er Knutsch möchte ja nicht verpumsen Haben wir teilweise Human Labs verloren Selbst da Und dort hatten wir sogar bewaffnete Sachen Ja, siehste was ich meine So jetzt habt ihr nochmal kurz Content, ich hole mir eben Hümbären oder so Nö, wir müssen da mal runterschrauben Weil Grund XY Keine Ahnung was man sich dabei denkt, so Weil dem Gegner muss ja mal eine Chance lassen So, mhm, verstehe ich Ich meine, das sind Mafiosis Die sind kriminell Das ist eine Waffenfabrik Da werden alle Waffen für den gesamten Start hergestellt Ne, man Digga Lass mal auf Fairness gehen Ja Die Valkyrie in dem Air Force Hangar lacht sich schlapp Ich sitze mit Search und denke mir Ja man Woo Parley Rekruten hinter mir Ich hab die Quittung schon unterschrieben Hehehehe Und ich kann ihnen das nicht mal übel nehmen Weil sie einfach Recht haben Ich weiss Und ich go Und ands go Oh mein Gott Oh mein Gott OH MY GAUD Oh mein Gott Du bist meine Schwester. Kommen wir hier weiter? Wo bist du? Der ist da auf dem Gang, Alter. Was machen wir jetzt? Ne, der ist nicht auf dem Gang, oder? Doch! Der ist da wirklich im Gang. Ich glaube, der sieht uns nicht, der Dolly. Lass mal um den herum schleichen, komm. Gibt's Ausweis mit? Ja, ich meine dein, äh... Außerstehle, hier berechtigt zu parken. Achso, äh, kann ich dir die SCVO erläutern? Zu den zu ignorierenden Symbolen zählen. Ja, aber du bist zu behindert. Du hast es, glaube ich, nicht verstanden. Das Symbol hat keine rechtliche Grundlage in unserem Staat. Es gibt keine Behindertenparkplätze. Es sind einfach nur Symbole, die auf dem Boden gemalt wurden. Die haben keine Bedeutung im Sinne des Rechts. Behindertenparkplätze gibt es nicht. Ach, wow, wirklich jetzt? Bei dir das selber auch, Will? Mh, nein. Ups, Hust, äh, hast du auch harte Kopfschmerzen, Hust? Was für'n Server? Wie, wie, wie? Hä? Na gut, ich, dann hab' ich Kopfschmerzen und muss'n Power nicht machen. Wie? Mach' dir halt die Schnutz, m'kay? Was für'n Server mein' ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich bei meinem Navi so'ne Nachricht... Ich glaube, ich muss mal beten gehen. Jaja, du mich auch.